Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellsten Apex Legends Guide. Heute geht es um Caustic. Und an alle CSGO Leute, keine Sorge, heute kommt auch noch ein CSGO Video. Beruhigt euch! Caustic ist einer der schwierigsten Legenden, finde zumindest ich. Ich denke, das ist auch der Grund, warum man ihn nicht sofort spielen kann, sondern ihn erst freischalten muss. Caustic hat, so wie die anderen auch, drei Fähigkeiten. Eine passive, eine taktische und eine ulti. Die passive Fähigkeit gibt euch in der Verbindung mit der taktischen und ultimativen Fähigkeit eine Art Wallhack. Sie nennt sich Nox Vision und zeigt euch die Gegner an, die sich bei euch im Gas befinden. Die taktische Fähigkeit ist die Nox Gas Falle. Ihr bekommt alle 30 Sekunden einen neuen Nox Gas Behälter und könnt bis zu drei Behältern auf einmal bei euch tragen. Mit Kuh schmeißt ihr den Behälter. Dieser Behälter bläst sich dann auf und bleibt da einfach stehen. Der wird ausgelöst, wenn ein Feind dran vorbeiläuft oder ihr drauf schießt oder ein Feind drauf schießt. Sobald er ausgelöst wird, strömt Gas aus und zeigt euch dann wiederum mit eurer passiven Fähigkeit an, wenn ein Gegner durchläuft. Und nicht nur wenn, sondern auch wo genau. Ihr könnt Wallhack mäßig genau sehen, wo sich der Gegner befindet. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr zum Beispiel auch Türen blockieren, weil diese Behälter eben einfach da stehen. Wenn jemand versucht die Tür zu öffnen, dann knallt die Tür in den Behälter und bleibt halt zu, beziehungsweise geht nicht weiter auf. Da müsst ihr aber besonders darauf achten, dass eure Mates davon wissen, sonst sperrt ihr die vielleicht aus. Denn die beste Technik mit Caustic zu spielen ist, sich Räume einzuverleiben. Ihr geht also am besten in irgendein Gebäude oder sprecht es zumindest mit eurem Team ab und stellt dann einige Eingänge zu mit euren Fallen. Somit bekommt ihr direkt eine Art Alarm, wenn ein Feind durch irgendeine Tür durchkommt oder versucht sie zu öffnen und ihr könnt die Feinde dann in eurem Gas sehen. Auch durch Wände hindurch. Diese Behälter bleiben, sofern sie nicht ausgelöst werden, ewig stehen. Ich bin schon extrem weit weggerannt von den Teilen und die stehen alles noch. Wenn Feinde in eure Gaswolke reinlaufen, dann werden sie langsamer, ihre Sicht verschwimmt und sie nehmen Damage. Direkt Live Damage, nicht Shield Damage. Das heißt, wenn ihr mal mit einem richtig dicken Gold Shield da durchläuft, dann müsst ihr ihn danach immer noch ziemlich hart plattdrücken, weil sein Shield halt nicht angegriffen wird. Speziell ist noch zu sagen, dass Wraith einfach aus eurem Smoke hinaus huschen kann. Mirage könnt ihr aber sehen, wenn er unsichtbar in euren Schotter reinläuft. Ich werde zu den einzelnen Leuten auch nochmal spezielle Guides machen, also so Expert Guides. Aber ich sage hier schon mal dazu, dass ihr mit ihm extrem gut die Ground Control haben könnt. Also wenn ihr zum Beispiel ins Dropship geht, da habt ihr sehr gute Karten, dass ihr das gesamte Dropship übernehmen könnt. Ihr schmeißt einfach eure Gasbehälter an die passenden Stellen und schon habt ihr die Übersicht über eine ganze Ebene. Die letzte Fähigkeit ist eine Ulti und das ist die Nox Gas Granate. Die hüllt ein großes Gebiet in Nox Gas ein. Die funktioniert ähnlich wie ein Behälter, nur ist sie viel weiter schmeißbar und sie hüllt einen viel größeren Bereich in Gas ein. Somit habt ihr noch größere Chancen Gegner zu erspähen. Gerade gegen Ende des Spiels ist Caustic extrem edel zu spielen, weil er den gesamten Bereich spotten kann. Beziehungsweise wenn ihr dann noch zwei andere Legends dabei habt, die auch gewisse Bereiche absondieren können, also vielleicht Bloodhound. Der auch nochmal guckt, wo Feinde sein könnten und Bangalore oder wie sie heißt, um nochmal einen schönen Hagel runterschmeißen zu können auf den Grund. Dann habt ihr eigentlich alles abgedeckt. Ich sag immer wieder Bangalore, aber ich weiß, dass das falsch ist. Bangalore, nicht Bangalore. Caustic kann übrigens auch deutlich härter zuschlagen, also er ist im Faustkampf krasser als andere. Ihr könnt mit Caustic gerade am Anfang auch ordentlich reinregeln, wenn ihr mit eurem Team zusammenbleibt, die Gastraps spammt und eben um euch schlagt. Sobald ihr so einen siebten Gaskanister legt, wird der erste gelöscht. Nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Der Stream gestern war übrigens auch wieder sehr, sehr geil. Wir haben dicke Champions-Siege eingefahren. Es hat echt Bock gemacht. Für alle, die Lust haben, morgen ist der nächste Livestream. Ich streame generell jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Wir spielen mindestens an zwei von diesen Tagen auch Apex, vor allem eben freitags. Ja, und dann Dienstags und Donnerstags abwechselnd. Wir fangen mit Counter-Strike immer an und wechseln dann zu Apex oder TTT. Haben immer einen Riesenspaß, kommt dazu. Ja! Vielen Dank fürs Zusehen und auch vielen Dank für eure Abonnements. Ich weiß, ich erwähne das ja eigentlich nicht, also von wegen, hey, abonniert mich und, und, wow. Aber es kamen über die letzten paar Tage wieder einige rein. Man merkt einfach, dass Apex schön am Laufen ist und das freut mich sehr. Willkommen an alle Neulinge hier. Haut ordentlich rein, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschä! Tschüss, tschüss!